Das letzte Konzert war echt super. Letzte. Das letzte Konzert war nur im Fernsehen. Was trägst du, wenn du ins Spa gehst? Spa. Wenn ich Geld habe, gehe ich gern ins Spa. Meistens waren die Konzerte sehr gut. Das letzte Konzert erwartet sich aufs Ich gehe wöchentlich ins Fitnessstudio. Wöchentlich 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 Ich glaube, dass er wöchentlich klettern geht. Klettern geht Ich lese draußen, wenn das Wetter angenehm ist. Angenehm Wenn das Wetter angenehm ist, gehe ich gern spazieren. Spazieren 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 Als er 18 war, hat er im Zirkus gearbeitet. Spazieren Zirkus Als sie im Zirkus war, musste sie den Elefanten füttern. Spazieren 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 Bist du letztes Jahr zu vielen Konzerten gegangen? Wir sind zu 50 Konzerten in einer Nacht gegangen. Wir sind zu 50 Konzerten in einer Nacht gegangen. Wir sind zu 50 Konzerten in einer Nacht gegangen. Wir sind zu 50 Konzerten in einer Nacht gegangen.